hallo und willkommen zurück zu until dawn letzte folge wurde mike und jazz bei ihren spielchen gestört von irgendetwas wurde jazz von der tür raus gezerrt und jetzt machen wir hier mit es weiter gucken uns natürlich erstmal um unsere ganzen hinweise haben wir schon das nächste legt das nicht immer gleich weg ich will gucken ob da was steht h&b okay gucken guckend von henna josh sah wirklich erschrocken aus bei der seance ja ich meine er sah aus als hätte er sich im griff aber ich meine deshalb sind wir doch hier ja aber nicht so nicht wegen einer seance vielleicht war das echt zu viel nix mehr hier kommt man nicht weiter hallo hallo was es ist auch nix da ist licht okay Was haben wir denn da? Der Strom ist ausgefallen, aber aus dem Raum unterhalb der Bibliothek schalt elektrisches Licht. Okay. Dann haben wir hier noch einen Generator. Aber der Strom ist gerade nicht dran. Schräg. Moment, ich komme gleich mit. Dann mache ich hier noch ein bisschen umgucken. Verdammt. Abgeschlossen, okay. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas. Hier ist viel zu viel Zeug. Scheiße, Vorsicht! Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaube schon. Oh, ein Schalter. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Vor allen Dingen, warum fliegen da einfach die Bücher raus? So, ich will erstmal hier nochmal ein bisschen umgucken. Gibt es hier nichts? Gibt es gar nichts? Okay. Drücken wir mal aufs Knöpfchen. Wow! Band geht auf! Kopf explodiert! Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington sogar mit geheimen Gang im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon. Das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor! Jetzt spielen wir mit Chris weiter. Gehen wir mal rein. Okay, dieser Raum ist Kamera überwacht. Hier haben wir einen Hinweis. Oh, ein Foto von den beiden Mädels. Hier hat auch das Schmetterling tätowiert. Oh! Ein Drohbrief. Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen. Und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Henna und Beth gewartet. Okay. Heilige Scheiße. Ja, wir sind natürlich ehrlich. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Droh. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Status-Update. Na ja, Herrlichkeit geht hoch. Wunderbar. So, hier haben wir ja alles ausgecheckt. Gecheckt. Oh, die Tür geht auf. Bild vom Indianer. Da war was. Eine Maske. Okay. Statue. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nochmal eine Statue. Noch ein Bild vom Indianer. Da liegt ein Brief. Oh, legt das nicht immer gleich weg. So, was waren da? Von Dr. Swetham. Vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer wieder verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben. Zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Ich habe mit dem Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihrem Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen, wird nicht einfach sein. Aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite habe ich wieder diesen Irren gesehen. Donnerstag 21.17 Uhr hing beim Generatorschuppen rum. Ich werde ab jetzt Buch führen. Okay, da haben wir wieder einen Hinweis. Das ist auch mal dieser Brief, da kann man es auch nochmal lesen. Gut. Und hier noch der Drohbrief. Okay. Füllt sich langsam. Hat das was mit den Dianer hier zu tun, weil überall Bilder hängen? Geht's hier hin? Alles zu. Das war mir klar. Haben wir hier noch irgendwas? Hier ist nix. Okay. Hier haben wir nur wieder ein Bild. Also, ähm, ich hab über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Äh, da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie, äh, wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen, das Licht. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte, warte, warte. Welcher Kerl? Der, der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psycho-Brief. Chris, denn das deine Art ist, mich aufzumuntern. Bist du gefeuert? Oh. Hörst du das? Josh. Das war Josh. Das kam aus der Küche. Josh! Josh, wir kommen. Oh, oh. Ashley! Ash, was ist los? Oh, was ist denn du? Stell dir mal an. Bist du das Socker da aus? Da schleift nur die Ash mit. Okay. 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 Ach Gott, wie sieht es denn da aus, ey? Da, da, da. Da müsste Psycho ist wieder hier am Berg. Alter, hat sich das hier verändert. Was hast du heute zu sagen? Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So. Das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Okay. Dann gucken wir doch mal. Mit Josh werde ich noch nicht so richtig warm. Irgendwas ist bei ihm faul. Gehe ich mal auf Sam. Die ist noch wenigstens die ruhige von denen. Ja. Emily mag ja irgendwie nicht wirklich jemand. Ja, die Ashley hat irgendwie was Nettes an sich. Das ist schwer. Die sind beide irgendwie so komisch. Aber Der Mike Der zeigt aber wenigstens, dass er was Von der Jazz will. Und die Jazz momentan nur am meckern. Dann lieber Josh. Schwierig. Schwierig. Dann gehen wir mal auf Quiz. Mal nichts zu sagen. Jetzt sag mir. Bei diesem Spiel, das du so beflissend verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Ja, bis jetzt die Emily, ne? Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Warum? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Oh. Schon fertig. Die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. Gut. Und wie es dann weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.